Ja. Nicht viel. Ja. Warte mal, ich hab... Kauf mir den doch. Äh... Wieso kann ich... Ach so. So. Polizist stelle ich mir geil vor, aber Zivi Hero stelle ich mir voll langweilig vor. Hör doch auf! Ich hab, äh, ich hab ne Demo gestartet. Ich möchte das einmal aufnehmen, wie du am Rumbacken bist. Ah, okay. Zombie. Zombie. Use it on your channel. Er kann fliehen. Ohne Witz, Alter. Ich schaue mal einen nieder. Fucking Witz. Äh, dafür musst du ne Waffe in der Hand haben. Dann schenk mir doch jetzt endlich mal den Taser. Komm schon. Oder verkauf ihn mir. Jetzt nicht, sonst zappel ich hier rum. Komm schon. Ich verspreche dir, dass ich maximal einmal Taser. Aber du wirst das nicht. Ja ja, ja ja Ich bin schon, ich bin einig Ich bin einig